Was wird es hier? Er sollte noch verlieren, wenn er mir die Erlaubnis gibt, in meine Straßesach zu führen. Solange er auf der Erde lebt, solange sei es dir nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Erlanke ich euch. Den Mit den Toten habe ich mich niemals gern befangen. Am meisten lief ich mir die vollen, die frischen Wangen. Mit einem Leichnam bin ich nicht zu Hause. Mir geht es wie der Kattel, wie der Maus. Nun gut, es sei dir überlassen. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab. Und für ihn kannst du ihn erfassen, mit auf deinem Weg herab. Und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohlbewusst. Schon gut. Na, dauert es nicht lange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubt ihr mir Triumph aus holler Brust? Staubzoller fräsen und mit Lust in meine Mume die berühmte Schlange. Du darfst auch da nur frei erscheinen. Ich habe deinesgleichen nie gehasst. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen und liebt sich bald die unbedingte Ruhe. Drum geb ich gerne ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Zeit zu Zeit sehe ich das.